Der nächste feste Steg von Clifford Ashley, die Variante 2, diese Form. Wie bei allen diesen festen Stegen muss der Knoten sorgfältig zugezogen werden, dann haben wir eine sichere Verbindung, also das heißt einen sicheren festen Sitz. Der feste Steg, Variante 2. Wir beginnen das Arbeitsende von hinten, um das Rundholz zu turnen, indem wir einen Rundturn machen. Also einmal, zweimal. Wir achten, dass das Arbeitsende links von der stehenden Part bleibt. Dann wird das Arbeitsende durch den ersten Turn gesteckt, um die stehende Part geführt und unter sich selbst durchgesteckt. Zuziehen Fester Steg, Variante 2 Steg.